Herzlich Willkommen im Christkindles Markt in Grazruhe. Jetzt geht's los. Wenn Sie einen Glühwein trinken wollen, in Kinderland, unwahrscheinlich schön, kommen Sie eher nach Grazruhe. Es ist nicht so schlimm mit dem Verkehr. Man kommt super her. Es gibt keinen Stau. Es gibt auf jeden Fall alle Straßenbahnen. Es gibt Fahrräder. Es gibt Rollschuhe. Kommen Sie her oder joggen Sie her. Ja, zu uns nach Grazruhe. Raus vom Walde, könnte man fast sagen, hier in dieser wunderschönen Kulisse auf dem Friedrichsplatz, in der der Christkindles Markt in diesem Jahr zum zweiten Mal komplett gastiert. Die einzigartige Atmosphäre, für die die hohen alten Bäume bei dieser Waldweihnacht sorgen, sucht weit und breit ihresgleichen. Wie findet Sie denn der Weihnachtsmarkt? Der Weihnachtsmarkt Karlsruhe ist super. Da muss man dabei gewesen sein. Das ist sensationell. Natürlich. Einmal im Jahr. Weihnachten feiern würde ich gerne den ganzen Leuten. Das ist super. Und Karlsruhe ist toller als man denkt. Zum Wohl. Noch ist es mild, aber wenn es mal richtig kalt wird, was gibt es denn dann hier zu trinken zum Beispiel? Alles Mögliche. Ziehbärtchen, Schlehen, eigentlich alles aus dem Ländchen. Es wird frisch produziert und hier dann ausgeschenkt, oder? Sozusagen ausgeschenkt wird es nicht. Keine Schankgenehmigung. Schankgenehmigung, also mitnehmen, Fläschchen auf und... Ganz genau zu Hause vor dem Kaminfeuer trinken. Aber was gibt es denn da? Birneschnaps oder was ist das? Alles Mögliche. Birne, Williams, Schlehe, Ziehbärtchen, wie gesagt. Eigentlich alles. Weihnachtsmarkt in Karlsruhe. Unwahrscheinlich schön, entspannt, viel los, aber um Glühwein oder Bratwurst zu genießen, unbedingt herkommen und sich filmen lassen. Aus, gell? Ciao!